Das Team von Urs Fischer. Wie die Kölner sind auch sie stark bei Standards. Im Hinspiel hatten sie so getroffen und auch im Rückspiel tun sie es Marvin Friedrich. 39. Minute. Ecke kam von Trimmel und das zweite Saisontor für Marvin Friedrich. Traf am 24. Spieltag gegen Wolfsburg, kommt aus dem Rückraum mit viel Wucht, ist deswegen schwer zu verteidigen. Der Ball schlägt zentral ein, aber aus fünf Metern ist nichts zu machen.